Hallo zu Nummer 4, willkommen hier zu einer brandneuen Episode von Minecraft Wolf. Heute mal mit ein paar Spezialgästen, Spaß echt, das Standard-Ding hier, das Standard-Quartett hier. Mit dabei ist die Ronja. Hallo. Der, die oder das Trupps. Hallo. Spaß. Und der Junior natürlich. Und wir sind alle Pinguine. Wer jetzt wer ist, weiß man heute nicht, weil wir haben heute alle derselben Skimm. Mal schauen, wie das so ablaufen wird. Ich bin gespannt. Ich hoffe, es trashed nichts. Ich hoffe, es kam. Ja, das wäre wünschenswert. Okay, los los. Du bist der Wolf. Alles klar, Flo, ist der Wolf. Nein, ich nicht. Du bist der Wolf, achte auf deine Schafe. Aber Flo, warum würdest du lügen? Nimm Spaß. Ich lüge, ich bin ein Schaf. Das verstehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Warum lügt Flo? Top, sagst du das? Ey, warum ist hier eine Tür in der Wand? Warte mal. Ey, du bist in der... Ey, es macht keinen Spaß, ich bin gespannt. Wir haben alle heute... Oh Gott. Irgendjemand hat Tobias auf mich gehetzt. Aggressiver Tobias? Was, wieso? Warum? Wer ist aggressiver Tobias? Irgendjemand hat das auf mich gehetzt. Ey, irgendjemand greift mich auf! Ah! 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 Hast du den Dings auf mich gehetzt? Ich bin der Pinguin. Äh, warte mal. Hier bin ich? Ey, warum bin ich eigentlich schon leer? Das weißt du schon, ne? Oh, ich bin Tobias! Ich bin ein Aggressiver! Ah! Es gibt Leute... Oh! Wer macht so viel Schaden, dieser blöde aggressive Tobias? Das ist ja echt nervig. Ja! Okay, also das heißt... Warte mal. Das heißt, ich wette, es ist Julian oder Tops. Ja. Das ergibt keinen Sinn, Flo, weißt du? Warum sollte Ronja auf sich selber ein aggressiver Tobias setzen? Ja. Ja. Keine Ahnung. Warum sollte ich das machen? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ey, lass mal testen gehen. Genau diese Frage zu stellen? Tester ist ja... Ich hab das Gefühl, Teste war kaputt auf allen Maps. Ey, erstmal... Oder? Ich glaube, ein paar Mal haben die Leute kommen da gestimmt. Wir haben... Haben wir getestet? Ah, ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Es würde hier rauskommen, dass Tobias Wolves... Ja, dann lass uns einfach auf Tops gehen jetzt, oder? Ist, glaube ich, die Lösung. Also ein paar Leute, die haben schon geschrieben hier. Also Tobias wird gemobbt hier. Also wir müssen eigentlich Anti-Mobbing-Konsultat hier durchführen. Das ist eigentlich schwer. Ja, wollen so. Ey, also Tobias, wenn du... Wenn du noch zugibst, Wolf, bist du dann mobben wir dich. Ja, also... Eben. Würde ich auch sagen, das ist eine faire... Also eigentlich ist es nicht so schwer. Sehr einfach ehrlich, Tobias. Ey, warum schnimm mal hier eine Tür? Ey, schnimm mal, schnimm mal. Warum schnimm mal eine Eisentür hier? Wo denn? Ich verhänge mich die ganze Zeit in diesen Spinnenweg. Windmülle, Windmülle! Oh, Windmülle. 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 Ja, ey, war die? Ja, oder doch? Ich muss mal... Okay, ich mach mal... Pro Map... Pro Map gibt's drei Geheimgänge. Okay, drei. Okay? Das ist... Ich weiß es nicht. Nein. Also auf manchen gibt's mehr, aber auf den meisten gibt's drei Geheimgänge. Das heißt nämlich... Warte mal... Oh, ich hab ein Eisenschwert. Warte mal, was gibt's denn... Was gibt's denn im Shop alles hier? Einen Golem-Pet. Einen Golem-Pet. Einen Golem-Pet. Einen Geschenk gekauft. Und da steht einfach so ein Zettel dran. Scam. Kein Geschenk. Tja! Jo! Meil! Ärgerlich. Tops, weißt du, woran das liegt? Der Wolf hat nämlich immer ein Scam-Geschenk. Aha. Das ist wissenschaftlich über eine Studie bewiesen. 100%. Ja, genau. Hast du da Langzeitstudienerfahrung? Über eine Studie wirklich bewiesen. Wahrscheinlich, ne? Ey, wer ist jetzt Wolf? Also, ich bin's nicht. Ich glaube, es ist Flo. Wer ist ein Geschenk? Oder nicht Flo. Sorry, Tops. Ich dachte... Nein, nein. Es tut mir leid. Noch vier Minuten. Da hab ich mich wohl versprochen. Also, ich bin dafür, dass der Pinguin Wolf... Ah! Das könnte der Pinguin sein, oder? Ey, ich glaube auch ist der Pinguin, oder? Ey, wer ist das? Wer hat ein Eisenschwert? Wer ist das? Wer ist das? Ey! Wer ist das? Ey! Bist du Ronja? Ich bin das, ja, ja. Wenn du der Ledermann bist. Oh mein Gott! Okay. Vielen Dank. Freundlicher Mitbewohner. Warte mal, Ronja. Ich bin, ähm... Ich bin... Untere Hälfte bin ich Eisen, obere Hälfte bin ich Leder, okay? Okay. Ich bin, ich bin, äh... Warte. Gleich hab ich ein neues Schwert. Okay, okay, okay. Ich bin der mit dem... Ey, hast du, hast du fünf Emeralds? Äh, ja. Warte, ich hab sogar acht Emeralds für dich. Ja, ja, ja. Nice. Ich kauf Wolfsucher, okay? Hier, ja, mach. Auf geht's. Wolfsucher? Ähm... Entweder Julian oder... Ist das, wer ist das? Entweder Julian oder Ronja ist der Wolf. Was? Wer ist das? Dann ist es Julian. Von Julian? Eh, Ą, Ą! Ronja, r Snapping, Ronja läuft weg, Ronja Movement. Hä? Wenn's Julian ist, dann will ich von Julian weglaufen! Tobswirt. stesso nachzut Lo user talken Ich bin hier, ich bin hier, ich bin nhi, ich bin... Bist du das? ich bin ja ich habe ich habe keine trubinenhand das ist Ronja äh lol ok hallo Ronja gedamit dein weglaufen war sehr verdächtig um ehrlich zu sein das weglaufen habe ich das Gefühl war nicht mal das Schlimme das Problem war dann das dass du wusstest was ich für ein Schwert hab hä? ja aber ich finde es übel interessant wie wir uns übel auf ähm Rüstung oder Items äh ja das ist wir brauchen ja irgendwas um sich zu unterscheiden ja gell? obo Skyland ist für die auch eine der geilsten ich hab finde ich auch Schreibt mir in die Kommentare welche eure absolut lieblings Map in Wolf ist dann können wir die öfter spielen stimmt das ist ein Gefühl wow alles klar schreibt mir die Kommentare welche Map ihr am liebsten habt und warum ok ja also ich fand zum Beispiel die Weihnachtsmap ganz geil ich fand die Weihnachtsmap ich glaube ich fand die Tarnik mit am besten die Tarnik und ne ne Piratenbucht oh ja Piratenbucht ich kann mich daran erinnern wie Julian dann angeblich Wolf gewesen sein soll und Ronja äh schön Apropos Wolf ich bin's übrigens diesmal nicht also würde ich sagen ist es wahrscheinlich Taps oder? ey Leute ich würde mal ein paar Michael Wolfwein erzählen ok ich empfiehlt zu wenig Wolfwein an ja ok ja genau das hat's fanarts ah Gott ich würde einen Jump'n'Run machen aber jetzt lieber nicht ich habe mich schon zweimal blamiert aber heute ihr wisst Bescheid nochmal hochlassen bei 10.000 nochmal hochfügen wir eine neue Klasse ein nämlich ähm ich hab was aus Blitz mal haben wir gleich richtig Rundolf oder so oder was können wir noch machen? äh stinken der Julian das ist äh ich bin dafür wir machen noch ne neue Klasse äh 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 Dings am Wolf Tops oh ja ich bringe noch nen Plan oder? was kann der dann? nix ey oder 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 wir machen eine Klasse joh mai ok also was kann joh mai denn? joh joh mai joh mai joh mai joh mai joh mai ey du kriegst Schneeball ey 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 ich bin's nicht ok du bist leder ok ok ja warte mal warte mal ich wollte nur muss ich erkennen dass du das bist jaja ok schick schick warte mal ganz ruhig wer ist es denn jetzt? wie geht es rund in das Dungeon Tops? ey Tops ist es Tops? oh Gott ich bin angegriffen mich hat angegriffen oh es ist Julian es ist Julian nein ich war grad im Shop oder es ist Ronja Tops ich bin so ein Idiot ich war grad im Shop ey was ist ne Happy Duty du hast ne oh ich hab 5 Robine oh ich hatte endlich mein Schmerz ich hatte alles hier hat jemand den Raketen schieße oh du hast aber wir verfolgen jetzt dem ich hab ich hab ein Geheimgang ich hab ein Dürrschwert ich hab ein Dürrschwert was er sagt pass auf Jürgen hat auch ein Dürrschwert ey wer ist Happy Duty wer ist Happy Duty von euch auf den Dach wer ist Happy Duty ich 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 schießen rauf oh ne es ist Tops ok Tops in der Wolke ok ey ich vertraue dir ok ja ich mach jetzt Wolfsduch ich entweder Tops oder Affe was ist mir egal Tops wir haben das Spiel durchgespielt aber wenn ich Tops nicht durch nicht durch Achtung nicht drücken ähm aber ich glaub das war ganz richtig Schlechter schrei oh das geht einfach weg das ist ja ok du wirst wohl nein das ist ja mies warte mal lebt du noch ich glaube Jürgen lebt aber Tops ich nehm Abstand von dir ok das kannst du von mir aus gerne halten ich glaub Tops hat Angst über das nix zu laufen warte warte du nimmst Abstand von mir weil ich muss ein Dürrschwert warte mal Ronja ja ja ich bin da oh mein Gott nicht drauf gehen nicht ich hab's gesehen ich bin äh Tops gefolgt quasi im Körper ja aber ich bin kein äh Wolf wie ihr vielleicht wisst hast du Rubin bitte ja was braucht ihr vier Rubin vier Rubin ja ok was hast du jetzt ich hab gewonnen guck was ich hab was hast du jetzt was hast du jetzt du bist ein Feuerwehrmann unsterblich warte mal ok warte ich hier ich gebe euch alles was ich hab ich brauch nix mehr ich brauch nur das hier ok ok danke was können wir denn jetzt hier auf geht's lass Jürgen töten auf geht's go go Jürgen ey ist du noch Jürgen schlägst du noch eine Minute Jürgen wo bist du Jürgen Jürgen sterblich du hast keine Chance ich bin Aragon ich bin Aragon keine Chance ich bin Aragon ich bin oh no ich bin schon wieder tot oh gute Arbeit yes das war das war ein das war ein äh Hashtag 1 epischer Sieg die geilste Runde heute es macht keinen Spaß wenn ich diese Map hier wirklich aber wirklich diese spezielle Map macht mich immer scharf immer ja ja ich war auf diese Map einmal Wolf einmal ein weißt wieviel einmal ist das ist so gut wie nix das ist tatsächlich so gut wie nix das ist das ist weniger als zweimal hab ich grad berechnet ist tatsächlich so gut wie nix warte mal ah ja ok das ist wirklich so gut wie nix du hast recht ich hab's grad nachgerechnet ja ja das manchmal nicht so einfach zu rechnen aber tatsächlich ich hab grad die die Gegenrechnung gemacht mhm gut finde ich wichtig ja ok wer ist Wolf ich bin's nicht also ich glaub diesmal sollte es Jürgen nochmal sein aber diesmal ich glaub das ist Tops ablenk 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 ok also ich bin die Person mit dem großen Schwert dieses weiße mit dem blauen unten oh nein ich war fast am Fall der Mensch gestorben das wär äh unlucky gewesen das sollte man vermeiden hab ich gehört oh mein Gott bin ich grad zusammengezuckt ok ich bin grad schon vor halbes Jahr Flo stopp stopp den Wahnsinn ok ok also guck mal wenn Tops dich jetzt findet bist du tot überleg mal wenn ich sterbe bin ich tot was ronja weißer Detektiv ach ja NEIN bist du gerade gestorben Florian Ich sag auch, Tops. Also, wie gesagt, ich bin's nicht. Ich wäre auch bereit, mit dem Wolf zu kämpfen. Ich bin hier auf diesen offenen Gängen. Ich würde mit dem Wolf kämpfen. Ich würde quasi... Hä? Das heißt so... Nein, es ist das Gleiche. Mit dem Wolf zusammen ist das andere als mit dem Wolf. Wenn ich mit dir kämpfe, Tops, dann kämpfe ich gegen dich. Immer. Ah, ah. Ich verstehe jetzt nicht durch. Ja. Ich mal... Also, es ist wahrscheinlich einfach zu hoch für ihn. Wo seid ihr denn jetzt? Hab dich auch, Liebbräunde. Ich bin hier und überall. Ach ja, gut. So, zack, zack, zack. Ich muss hier jemanden töten. Hallo, Team. Du musst jemanden töten? Ah! Ja, den Wolf. Ah, stimmt ja. Gute Idee. Ja, lass uns mal den Wolf töten. Okay, wo ist denn der Wolf? Frage ich mich jetzt. Fragt sich der kleine Pinguin auf Abenteuern. Abenteuern, meine ich. Fragt sich, wo ist denn hier? Also, ich bin beim Wolfsucher. Kommt mal alle zum Wolfsucher. Oh nein, der Wolfsucher. Hier ist diese Dingswindmühle und da ist der Wolfsucher und jetzt, ich bin hier auf so einer kleinen Plattform. Ja, dieser Wolfidentifizierer, der blinkt. Ich mach einfach mal den Wolfsucher rein. Ihr wisst schon, der, der, der blinkt. Der, der dann sagt, Tester, Tester. Tester oder Chaos, Bro. Ja. Also, ich möchte ganz stark vermuten, dass Flo wegen seiner Dummheit bestorben ist oder vielleicht auch einen Fake-Stufffall gemacht hat. Ähm. Ja, dann suchen wir halt Julian. Auf geht's. Julian, zeig dich. Kämpfe wie ein Mann. Wir alle wissen, dass du Wolf bist. Ja, immer noch. Bei der Windmühle und beim Tester. Jetzt hab ich kaum ein Zeug, ey. Warte mal. Auf geht's jetzt. Aha, hier ist jemand. Hast du es dir erschwert? Das ist dir erschwert, ja. Okay. Julian, Julian. Julian, ich glaube... Julian. Ja. Komm her. Du bist gegangen, keine Ahnung. Ja, komm. Aber ich halte trotzdem nochmal Abstand von dir. Ich halte, du hast gerade einen Wolfsucher gemacht, Schops. Ja, ja, ich weiß, aber trotzdem. Äh... Julian. Aua, das bin ich. Ja. Du schlägst mich kein Ausprinzip, oder? Ja. Böses, Ronja. Böses... Ronja, ich hab Hälfte. Ich hab Hälfte. Ronja, aus. Ist mir egal. Nicht. Ich hab... Gift. Warum hab ich Gift-Effekt? Ich weiß es nicht. Wieso hast du Gift-Effekt? Ich hab gedacht, vielleicht traut sich Julian ja zu kämpfen. Ich hab gedacht, vielleicht traut sich Julian zu kämpfen, wenn ich dich eliminiere. Weil ich dann ja fair 1 gegen 1 Chancen geschaffen hab. Julian, zeig dich. Wo bist du? Hier. Wo ist denn hier? Bei der Windmüde. Okay, ich komm zur Windmüde. Ich bin bei der Windmüde. Wie lange hab ich mit dem schönen Gift-Effekt? Wo bist denn du? Ich seh dich nicht bei der Windmüde. Bist du drinnen, oder bist du davor? Ich bin oben drinnen, ganz oben. Ach, du bist oben drinnen. Ja, dann komm mal raus. Maruta! Okay. Bist du da? Ich bin da, ich bin da, also quasi, warte, wenn du unten, hier. Und jetzt muss ich dich leider töten. Oh mein Gott, irgendwas Schwarzes passiert. Ah! Oh Gott, ich kann mich nicht mehr bewegen. Hilfe! Ich kann hochhüpfen. Oh, das ist nicht schlecht. Ich kann hochhüpfen. Ich bin, ich bin quasi, äh, ein Sprungfedermännchen. In der Windmühle! Oh! Wieso schießt du auf mich, Tops? Hä? Das ist Jürgen, das ist Jürgen. Der hat sich groß gemacht. Der hat sich groß... Rast doch nicht so aus, Mensch. Das war der mit dem Diamantschwert. Äh, wo bist du hin? Ich bin das mit dem Diamantschwert. Jürgen hat sich groß gemacht, bitte grow this. Deswegen backst du rum. Du bist so ein Springer. Ich springe. Ich bin ein Springer. Juhu! Ich weiß nicht genau warum. Aber es backt ein bisschen, aber das ist nicht schlimm. Nö, ich drücke nicht F5. Ich kämpfe jetzt. Bist du das? Bist du das denn gerade wegrennt von mir? Ich bin das, ja. Ja, okay, dann gehen wir jetzt zu Julian. Julian, komm her. Jürgen ist oben, Jürgen ist oben, Jürgen ist oben. Jürgen ist oben auf dem, äh, auf dem Mast. Auf dem Mast, auf den Dingern sind es, auf den Dingern sind es so. Ah, hier Windmühlen bedöhnt. Außen, innen? Aua, draußen, ah! Ich höre einen Schrei. Oh nein. Oh boy. Warte, wo bist du denn? Ich seh dich nicht. Nein! Alles klar, ich bin dafür. Der Fallschaden ist Wolf. Ah, alles klar. Teste aktiv, teste aktiv. Also ich bin kein Wolf, deswegen wär ich bereit zu testen. Ich würde mich auch testen lassen. Ey, wisst ihr, wir heute noch kein Wolf, ja? Wer denn? Flo. Ich? Stimmt, Flo. Ja, ich wär gern Wolf, aber ich wisst, wir heute noch kein Wolf gewesen. Ja. Ja, 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 ja. Die letzten, die letzten Wolfs. Ich hab, ich hab, ich hab gedacht, ich hab, ich hab gedacht... Ich hab ja einen Verdacht. Es ist wahrscheinlich tubs oder? Ach so, alle hat es auch wieder. Entweder ist es tubs oder die Map liebt einfach Ronja und Ronja ist nochmal Wolf. Glaube ich aber nicht, weil ich bin's ja nicht. possibilität zu gehen auf geht es mir in den wolfssucher und jetzt ist der neue dings geheimgänge irgendwo ich vertraue dir topsox und ich sind clean ist es entweder floh oder julian ich glaube es ist froh wo seid ihr denn du bist der wolf ich bin es nicht doch immer diese komische familie es ist julian wo bist du hier wie oft war julian schon wolf das ist natürlich nicht so gut das ist tatsächlich nicht so gut aber eigentlich denkt ihr ist dass ich schon zu machen was hast du eine wurst okay warum sollten wir einen wolf ich brauche ruby ich habe sieben und ich habe 40 kauf jetzt hier alles schöne dinge ich werde ich habe klarios das heißt weil nur der wolf wird legen weil er wird im hinterdach schon wie man alle tötet das klingt und demnach ist topsox der wolf ich habe sie keinen fehler in dieser logik ich bin nämlich nicht der wolf ich töte jetzt floh ich war gerade testen ich kann doch mal testen wenn du willst ich glaube du hast einen scharf fels wer von euch war das der neben mir stand beim tester ich war das aber du kannst ja wirklich ein scharf setzen der zeit ist jetzt schon eine weile herft dingstops und ich habe wenigstens am anfang getestet ja deswegen hast du auch keine rubys ich habe keinen gang okay also ich töte jetzt wer noch immer ich sehe es ist mir ganz egal war jemand von euch schon drin bis auf wenn es war jemand von euch drin wo der fernseher ist was welcher fernseher ich wusste nicht was den gibt ey wo seid ihr ok hat das geschenkt ok super wo seid ihr denn äh julian und ich sind hier oh oh das zweite geschenk ist immer warm da ist nichts drin aber ok ich vertraue dir julian wir töten jetzt floh ok warum ich war testen ich war gerade drin weil ich glaube es ist floh ey bist du was ronja mal steif wie der will jemanden töten weißt du ich glaube es ist ronja wach ich kann beweisen dass ich es nicht bin ok geh testen geh testen ja ich war halt auch schon testen aber geh testen lass dich lass dich immer weißt gar nicht hast du lustig platzieren mir geht es nicht das ding kannst du auch chronologisch beweisen ähhhhh wer auch immer der wolf ist ein richtig schlechter wolf muss ich sagen ne kann ich nicht warte kannst du es nochmal probieren vielleicht vielleicht kann man noch ein geschenk machen ich habe spiel gewonnen komm mal her ich hab rubies komm mal her floh aber ich brauch noch mehr für die argo ich hätte 6 für dich für die argo und hier wenn du das geschenkei platzieren kannst dann hast du noch mehr bist du der mit der mit der eisenrüstung ich bin der mit wer leckt wer leckt tops ich lecke ich lecke jetzt komm mal hoch bist du das hier floh weißt du das hallo oh nein guck ich hab kein abgang oh Gott das ist tops tops ist es tops ist es tops ist es ey was du im schiff kannst du oben rein hä wieso top ist es top ist es nein 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 ich hab's nur getan ich hab's nur getan als ob ich grad woanders bin ja ich würde sagen für mein gewollt und ja schreibt die kommentare bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal wiedersehen